Liebe Studierende, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum dritten Vortrag in unserer Vorlesungsreihe zum Thema Resilienzen über den Umgang des Menschen mit Pandemien und anderen Katastrophen in der Geschichte. Wir erleben zurzeit eine Situation, die zum ersten Mal zu unseren Lebzeiten auftritt. Wir tendieren deshalb dazu, sie als einmalig und nie dagewesen zu bezeichnen. Sie konfrontiert uns mit einer ganzen Reihe an zum Teil existenziellen Fragen, mit denen sich zu beschäftigen die allermeisten bisher keinen Anlass hatten. Eine Kollegin schrieb jüngst auf Twitter, sie würde nach der heutigen Erfahrung die Extreme der 1920er Jahre vor dem Hintergrund der spanischen Grippe nun mit ganz anderen Augen sehen. Das zeigt doch auch sehr schön, wie sich die aktuelle Lebenswelt der Historikerinnen und Historiker auf die Themen auswirkt, die von einer Generation bearbeitet werden. In gewisser Weise verhält es sich auch so mit dem Thema des heutigen Vortrags. Heute soll es um die verheerende Sturmflut von 1362 und ihre Folgen für die schleswig-holsteinische Nordseeküste gehen. Diese als große Mandränke in die Geschichte eingegangene Sturmflut war eigentlich kein singuläres Ereignis, denn Sturmfluten gibt es weiterhin und die Fragen von Vulnerabilität und Resilienz sind möglicherweise dieselben geblieben, wenngleich sich der Mensch durch die Innovation in den technischen Mitteln heute einen Vorteil verschafft hat. Mein Name ist Nils Petersen, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für historische Landesforschung und lehre mittelalterliche und landesgeschichtliche Themen. Eines meiner aktuellen Forschungsinteressen ist die ökonomische und soziale Beschaffenheit von Küstengesellschaften am Übergang vom Mittelalter zur Frühneuzeit. Die lange Liste an Beiträgen für unsere Vorlesungsreihe zeigt zweierlei. Erstens, dass sich die Geschichtswissenschaft durchaus mit Krankheitswellen und katastrophenhaften Zuständen beschäftigt. Wie mir scheint, ist dies vor allem ein Ergebnis der Hinwendung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und zum Menschen und seinem Körper an sich. Frühestens sicher seit den Impulsen der französischen Gruppe um die Zeitschrift, die seit 1929 besteht und heute unter dem Titel Anal Histoire Sciences Social firmiert. Sie hat maßgeblich die Geschichtswissenschaft mit Methoden der Sozialwissenschaften verbunden. Zweitens zeigt die Liste jedoch auch, dass die menschlichen Gesellschaften durch die Jahrhunderte hinweg immer wieder mit Epidemien und anderen Katastrophen konfrontiert waren. Gegenüber manchen Krankheiten haben die Gesellschaften erfolgreich Resilienzen entwickelt, doch erscheinen diese keineswegs gesichert. Denn überwundene Krankheiten wie die Masern kommen wieder, die aktuelle Entwicklungen und Diskussionen über die Impfung an sich zeigen. Sie sind also nie wirklich überwunden. Und dasselbe gilt für Gesellschaften, die an und von der Küste leben. Sie hatten und wie sich zeigen wird, haben sich bis heute mit widrigen klimatischen Bedingungen auseinanderzusetzen, deren extremste Ausprägung die Sturmfluten sind. Dabei sind Sturmfluten an sich keine Katastrophen per se und qua natura. Vielmehr werden sie es erst dadurch, dass der Mensch sich mit ihnen in Konfrontation begibt und hier eben auch erst dann, wenn der Mensch unterlegen ist. Erzählt werden soll in der kommenden halben Stunde vor allem die Geschichte des strategischen Aufbaus von Resilienz in den Küstengesellschaften und der damit verbundene Versuch, die eigene Vulnerabilität gegenüber marinen Extremereignissen so weit es geht zu reduzieren. Ich kann Ihnen vorab verraten, dies ist nur begrenzt gelungen. Als ein Beispiel soll die verheerendste Flut des 14. Jahrhunderts dienen, die bezeichnend sogenannte große Mandränke von 1362. Wir schließen damit zeitlich eng an den Vortrag von Frank Rexroth von letzter Woche an. Nach einer Erklärung des Auslösers der Katastrophe sollen Faktoren der Vulnerabilität identifiziert und dargelegt werden. Anschließend steht der Deichbau als quasi materielle Manifestation der Resilienz im Fokus. Er gibt uns auch Anlass dafür, einen kurzen Blick auf die Bedeutung des Deichbaus für die Konfiguration der Gesellschaft an der Küste zu werfen. Als Fazit und gleichzeitig als Ausblick möchte ich die aktuelle Situation an der Küste angesichts des Klimawandels ansprechen und somit der Forderung zumindest im Ansatz folgen, in der einen Krise die andere nicht zu vergessen. Beim Thema Sturmfluten liegt es freilich auf der Hand. Auf eine Beschreibung der Literaturlage zum Thema verzichte ich an dieser Stelle, gebe aber Hinweise auf zentrale Titel am Ende des Vortrags. Nähern wir uns dem Meer nun also auf die ihm angemessenste Weise, nämlich poetisch. Heute bin ich über Runghold gefahren. Die Stadt ging unter, vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da, wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Dieser Auszug stammt aus dem bekanntesten Gedicht von Degle von Lilienkron, der nach einer Militärlaufbahn und kurzzeitiger Emigration in die USA, Anfang der 1880er Jahre, als Hades Vogt auf der Insel Pellworm amtierte. Die Ballade greift die Legende von der untergegangenen Siedlung Runghold auf der Insel Strand auf, wie sie im 17. Jahrhundert erstmals erzählt wurde. Die Bewohner seien reich und gotteslästerlich gewesen, vor allem aber überheblich, auch und gerade gegenüber dem potenziell gefährlichen Meer. Dies sind Vorwürfe, die im Spätmittelalter an viele Küstengesellschaften gerichtet wurden. Bretonen kannten dies ebenso wie Ostfriesen und Dithmarscher. Alles autonome und häufig genossenschaftlich, also für mittelalterliche Verhältnisse ungemein egalitär organisierte Gemeinwesen. Sie wurden argwöhnisch betrachtet von denen, die die feudale Welt in ihren vermeintlich geordneten Verhältnissen kannten. Trotz, blanke Hans, traf aufgrund der Darstellung eines beseelten Meeres sowie der pathetischen Motive von Trotz und Strafe den Nerv der Zeit. Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen, denn holt das Untier tiefer Atem ein und peitscht die Wellen und schläft wieder ein. Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken, viel reiche Länder und Städte versinken. Trotz, blanke Hans. Das beseelte Meer, das Untier kommt so plötzlich, wie es wieder geht. Nach der Sturmflut kann die Sonne scheinen und dies macht bis heute den Vorgang so unheimlich. Am Abend zuvor war alles wie gewohnt, am nächsten Tag scheint die Sonne auf eine andere Landschaft. Über Nacht sind soziale Bindungen, ganze Siedlungen, das Vieh und sogar die Natur vollkommen verändert. Das wilde Meer wird hier als blanke Hans angerufen, vermutlich ein Spottname, denn Hans war ein Alltagsname, wie Luthers Hans Wurst und blank mag so viel bedeuten wie nackt. Der blanke, nackte, bloße Hans, der nicht gegen die Deiche ankommen werde, so vermittelte es die nordfriesische Chronik des Anton Heimreich zumindest im Jahre 1666. Und bis heute ist er dank des Gedichts von Lilienkron mindestens an der schleswig-holsteinischen Westküste jeder und jedem immer noch ein Begriff. Das Gedicht bezog sich auf die Ereignisse der zweiten Marcellusflut, die sogenannte Große Mandränke von 1362. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf Nordfriesland und hier vor allem auf die Marsch, das unmittelbare Küstengebiet, das seit dem 13. Jahrhundert den Namen Udlande trug. Heute ist die Region geprägt von Wattenmeer, Inseln und Halligen. Suchen Sie nach Hunghold im Netz, finden Sie zahlreiche Texte und Videos von mehr oder weniger guter Qualität. Der Artikel in der Zeitschrift Mare gehört zweifelsohne zu den hochwertigeren Beiträgen zum Thema. Das zeigt, dass die vor über sechs Jahrhunderten von den Fluten zerstörte Siedlung bis heute eine besondere Faszination für viele ausstrahlt. Am 16. Mai 1921 machte Marschbauer Andreas Busch bei seinem Gang durchs Watt eine Entdeckung, die die Wahrnehmung vom Untergang Hungholds, wie sie in den Jahrhunderten zuvor bestanden hatte, grundlegend veränderte. Seit dem siebzehnten Jahrhundert wurde Hunghold für einen legendären Ort gehalten, gleichsam ein Atlantis der Nordsee. Nun bewiesen die Funde Buschs, dass der Überlieferung Glauben geschenkt werden könnte. Lilien Crohns Gedicht erlebte eine Renaissance, man sprach künftig vom Hunghold-Mythos, der ähnlich wie Troja durch die Artefakte an Attraktion noch einmal gewann. Nähern wir uns dem Geschehen in einem Dreischritt. Historikerinnen und Historiker tendieren dazu, zuerst auf die Textüberlieferung zu schauen. Wo diese nur spärliche Nachrichten übermitteln, wie wir noch sehen werden, sind wir darauf angewiesen, diese Überlieferung nach Möglichkeit mit materiellen Überresten abzugleichen und zu ergänzen. In diesem Fall ist die Archäologie die erste und natürliche Ansprechpartnerin. Die mittelalte Archäologie ist unter den Archäologen noch immer ein Nischenfach. Hinzu kommt, dass Marschen und Wattenmeer eigene Anforderungen an Methodik und Technik stellen. In Niedersachsen ist das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung diejenige Institution, an der Spezialistinnen und Spezialisten in der Lage sind, entsprechende Forschungsvorhaben durchzuführen. Das Bild von der Besiedlung in dem Gebiet, das heute vom Meer bedeckt ist, hat sich in die letzten 50 Jahren dadurch bedeutend erweitert. Insbesondere die große Ausgrabung der um 500 unserer Zeitrechnung verlassenen Dorfwurt Feddersenwirde an der Wesermündung nördlich von Bremerhaven zeigte, wie diese Küstensiedlung trotz ihrer periferen Lage in das überregionale Handelsnetz eingebunden war. Bereits bevor die Archäologie professionell betrieben wurde, fanden die Menschen Spuren von Siedlungen dort, wo heute das Meer ist. Schon im 17. Jahrhundert weiß der Nordstrander Pfarrer Matthias Boetius zu berichten, die Leute würden im Schlick auf Brunnen stoßen und Spuren von Wegen und Gräben beobachten. Sie fänden nicht selten Töpfe, Kessel und Schüsseln und anderes Hausgerät. Und er fügt an, darum ist es auch nicht nur wahrscheinlich, sondern verdient vollen Glauben, wenn die Berichte erzählen, dass beinahe diese ganzen Ufer einmal mit Pflanzenwuchs bedeckt gewesen sind, dass sie als Felder und Weiden bestanden haben, mit Dörfern besetzt und mit festen Deichen umschlossen gewesen sind. Noch heute lassen sich solche Reste von Siedlungen zwischen Nordstrand und der Hallig-Süd-Fall im Watt erkennen, darunter Überreste von Holzkonstruktionen, das können Häuser oder Siele gewesen sein. Häufig trifft man entlang der Küste auf sogenannte Sodenbrunnen. Diese ringförmig erhaltenen Konstruktionen waren aus Torfstücken gebaute Sammelbecken für Süßwasser. Da das Grundwasser in den Marschen salzhaltig war, waren Schachtbrunnen selten für die Trinkwassergewinnung für den Menschen geeignet. Mit Regenwasser vermischt konnte das Brackwasser allenfalls für das Vieh gebraucht werden. Es finden sich bemerkenswerterweise vor Südfall überdies noch historische Ackerfurchen, die heute etwa zwei Meter unter dem mittleren Tidehochwasser gelegen sind. Weitere Artefakte sind Krüge und Töpfe, Holzschüsseln und Holzschuhe. Um Grund unter die Füße zu bekommen und die vielfältige Literatur einordnen zu können, lohnt es sich zu den Quellen zurückzugehen. Aus zeitgenössischen Schriftzeugnissen erfahren wir nur sehr wenig oder praktisch nichts über die vermutlich zerstörerischste Sturmflut des 14. Jahrhunderts. Zur Pest, die sich nur wenige Jahre zuvor ereignete, ist die Überlieferung bedeutend dichter. Freilich handelte es sich bei dieser Sturmflut um ein regional begrenztes Ereignis, dazu noch an der Peripherie des Reiches. Dennoch ist es bemerkenswert, dass man sich zunächst nicht einmal im Jahr einig war, in dem die Sturmflut passiert sein sollte. Viel gesprächiger, aber auch sehr unzuverlässig sind die jüngeren Chroniken und Zeit- und Landesbeschreibungen. Die älteste bisher identifizierte Nachricht stammt aus einem Stadtbuch aus Schleswig, die hier aus der Literatur in Übersetzung wiedergegeben wird. Anno 1362, am 16. Tag des Januar, da war eine große Wasserflut in Friesland, darin auf dem Strand 30 Kirchen und Kirchspiele ertranken. Dass tatsächlich eine große Zahl an Kirchgemeinden unterging, ist belegt durch den Vergleich zweier Register des Schleswiger Bischofs. Die Veränderungen in der Pfarreistruktur dürften sich überdies auch in der kurialen Überlieferung niederschlagen. Aus Bremen und Ostfriesland berichten die Chroniken von demselben Ereignis, das hier zwar Schäden anrichtete, jedoch keine katastrophalen Ausmaße annahm. Die Bremer Chronik von Rienzberg und Schäne berichtet davon, dass es einen großen Wind gegeben habe, der viele Gebäude innerhalb von Bremen und auch ein Teil der Stadtmauern niedergeworfen habe. Die Norderanalen berichten, dass um Mitternacht des Marcellustages sich ein so wilder Sturm erhoben habe, dass die festen Gebäude, Kirchen und Türme zusammenstürzten und die größten und dicksten Bäume aus der Erde herausgerissen und zu Boden geschmettert worden seien. Und so stark war die Gewalt des das Land überflutenden Meeres, dass die Westermarsch und ein weiter Teil Ostfrieslands überschwemmt wurde. Aus einer Aufzeichnung des frühen 16. Jahrhunderts stammt schließlich die Bezeichnung der großen Mandränke, die zwölf Jahre nach der Pest über das Land gekommen sei. Für uns ist diese Verknüpfung freilich interessant, zeigt sie doch, dass die Katastrophen Wegmarken in der zeitlichen Abfolge darstellten. Man kann es vielleicht auch dahingehend interpretieren, dass die Bevölkerung bereits geschwächt gewesen war, als die Sturmflut über sie kam. Explizit findet es sich allerdings nicht in diesem Passus. Die Reepener Chronik aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts benennt den Zeitpunkt genauer. In nocte beati marcelli martyris factum est diluvium magnum. In der Nacht des heiligen Marcellus des Märtyrers, dies wäre allerdings der 4. September, sicher ist man sich aber, dass eigentlich der heilige Bischof Marcellus gemeint war, dessen heiligen Tag korrekterweise am 16. Januar liegt. So firmiert die große Mandränke auch schon früh als die zweite Marcellusflut. Von der ersten berichtet Emo von Vitevirum ausführlich in seiner friesischen Chronik für das Jahr 1219. Das Tagesdatum lässt sich heute aus englischer Überlieferung und meteorologischen Modellen halbwegs sicher bestätigen. Erst im 17. Jahrhundert werden Zahlen über Todesopfer genannt. Es seien zweimal 100.000 Menschen ertrunken. Und 1637 schreibt Peter Sachs, es sei 1362, der allergroteste Flot, sonst Mandränkels genömet passiert, und ist das mehrerteils volks, so von der Pest übergeblieben, in Everschob und Utholm, vertrunken. Der bis heute am meisten zitierte Bericht ist gleichsam der jüngste, denn er stammt von 1666 und liegt damit 300 Jahre nach dem Ereignis. Es ist Pastor Anton Heimreichs nordfriesische Chronik, die im Druck erschien und auf diese Weise früh eine größere Verbreitung fand. Da er einmal seine Quellen offenbart, wenn auch nicht systematisch, und zum anderen viele Jahresdaten und Details angibt, war es bequem, sich an ihn zu halten. Dabei gehen jedoch zahlreiche Daten durcheinander. Es ist mit ihm nicht einmal nachzuweisen, ob 1362 oder schon früher die großen Verluste an Land und Leben zu verzeichnen waren. Woher er so genau wissen will, dass die Deiche an 21 Stellen brachen und an anderen Stellen mit über zwei Metern überspült worden seien, wurde lange nicht hinterfragt. Heimreich berichtet auch ausführlich von betrunkenen Rungholtern, die ihren Pfarrer demütigten. Er prägte so in ganz entscheidendem Maße die Rungholterzählung. Kommen wir zum zweiten Abschnitt. In den Chroniken war bisher die Rede von großem Wind, von Wassersflut oder allgemein Flut, was wir heute als Sturmflut interpretieren. Dabei ist es sicherlich sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, was wir denn heute unter Sturmflut auch verstehen. Laut Definition ist es die Zeitspanne mit hohen Wasserständen an den Küsten oder in Flussmündungen, die vorwiegend durch starken Wind hervorgerufen sind. Oder wie es die deutsche Industrienorm 4049-3 von 2005 besagt, durch starken Wind verursacht es Ansteigen des Wassers an der Meeresküste und in den Flussmündungen im Küstengebiet, wenn die Wasserstände einen bestimmten Wert überschreiten. Das heißt, der Wind treibt das Wasser gegen die Küste. Hinzu können die Gezeiten kommen. Bei Flut kommt zum sturmbedingten Wasserstand das Tidehochwasser hinzu. Dauert der Sturm an, kann bei Ebbe das Wasser nicht ablaufen und bleibt an der Küste stehen. Flussmündungen sind ebenfalls stark betroffen, da hier das Flusswasser nicht abfließen kann. Mehr Wasser möglicherweise noch hineingedrückt wird und so hohe Wasserstände entstehen. Auf der Nordsee herrscht meistens Westwind, der zwischen dem Azorenhoch und tiefs über Skandinavien oder der Ostsee hindurch fließt. Im Januar 1362 herrscht ein schwerer Südweststurm. Einen Tag vor der Sturmflut berichten englische Quellen von einem schweren Sturm, der viele Schäden angerichtet habe. Am 15. Januar trafen das Gezeitenhochwasser und der Sturm am Nachmittag gegen 17 Uhr zusammen. Sturmfluten werden heute unterschieden und in den Unwetterwarnungen so benannt nach leichter Sturmflut, schwerer Sturmflut und sehr schwerer Sturmflut. Dabei sind dies Kategorien, die auf unsere aktuelle Schutzsituation bezogen ist. Bei einer leichten Sturmflut liegen die Wasserstände bis zu 2,16 m über dem normalen Tidehochwasser, das heißt über dem Wasserstand bei Flut. Das bedeutet aber gleichfalls, dass der Wasserstand ab 2,62 m über dem normalen Null-Wasserspiegel liegt. Bei einer Deichhöhe im 14. Jahrhundert von bis zu drei Metern über dem Wasserspiegel normalen Null, von dem wir heute unsere Ortshöhen messen, sind schon leichte Sturmfluten, wenn sie denn hoch ausfallen. Gefährlich. Eine Karte, die 1649 von Johann Mayer im Auftrag des dänischen Königs Christian IV. erstellt wurde, zeigt den Zustand der nordfriesischen Küste, wie ihn sich der Kartograf für das 13. Jahrhundert vorstellte. Erstaunlicherweise bezieht man sich bis heute auf dieses Stück, das ganz offensichtlich in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Zum einen ist es 400 Jahre später entstanden als der Zustand, den es wiedergibt. Zum anderen wissen wir selbst heute trotz vielerlei Methoden und Techniken nicht, wie der Küstenverlauf genau ausgesehen hat. Orte, Kirchen und Verwaltungsbezirke, die wir aus der schriftlichen Überlieferung, nämlich dem sogenannten Erdbuch des dänischen Königs Waldemar II. von 1231 kennen, sind allerdings in der Karte auch dort wiedergegeben, wo man es erwarten würde. Aus den vereinzelten Informationen lässt sich, ohne Kenntnis der Details, ein apokalyptisches Ereignis erahnen. Das Wasser drang bis zum Geestrand und überflutete vermutlich die gesamte Marsch. Mensch und Vieh ertranken, Häuser zerstört und Ländereien wurden fortgespült. Die Insel Strand, auf der sich Runghold befand, wurde in großen Teilen dauerhaft überflutet. Nach weiteren Fluten sind heute nur noch Nordstrand und Pellworm als Reste erhalten. Die heutige Küstenlinie geht im wesentlichen Teilen auf diese Flut zurück und auf die folgenden, die ein auf Jahrzehnte ungeschütztes Land trafen. Ein Deich wiederherzustellen, das war noch im 18. Jahrhundert und in ruhigen Zeiten ein teures und aufwendiges Unterfangen, das nicht immer gelang. Einen einmal eingebrochenen Deich, durch den das Wasser ins Land gedrungen war und dort einen Priel gebildet hatte, zu überbrücken, muss im 14. Jahrhundert ungleich schwieriger gewesen sein. Da erscheinen vergleichsweise schwache Sommerfluten, noch bis zum Ende des Jahrhunderts größere Schäden im Land angerichtet zu haben. In seinem Bericht De Cataclysmu Nordstrandico aus dem Jahr 1623 berichtet der Nordstrander Pfarrer Matthias Poetius von den Folgen, die die Mandränke gehabt habe. Es seien die Deiche so niedergeschlagen und fortgeschwemmt, dass die Dämme innerhalb 50 Jahren nicht haben wiederhergestellt und sich auch die Leute nicht haben von dem Unglück und den Verlusten erholen können. Denn jedes Jahr sei das Meer über die Länder geflutet und noch andere schlimme Übel- und Unglücksfälle seien dazugekommen. Daher seien auch außerordentlich viele Dörfer verwüstet und Landstrecken auseinandergerissen, auch die Sunde überall bedeutend erweitert. Um zu verstehen, was diese Sturmflut zur Katastrophe machte, sollte man einen Blick auf die Lebensbedingungen an der Küste werfen. Wir kommen zum Abschnitt 3. In seiner dänischen Geschichte schreibt Saxo Grammaticus am Ende des 12. Jahrhunderts, in Friesland liege das Land viel tiefer als in der Landesmitte. Die Überschwemmungen des Meeres geben Anlass zu übermäßig reichem Wachstum, doch ist zweifelhaft, ob diese Überflutungen nur Vorteile bieten, denn wenn es stark stürmt, brechen die Wellen durch die Dämme, mit denen sich die Bewohner gegen das Meer schützen. Klein Friesland hat fruchtbares Ackerland. Aus getrockneter Erde wird Salz gewonnen. Die Einwohner umgeben ihre Felder mit breiten Gräben, über die sie mit Springstöcken setzen. Ihre Häuser werden auf aufgeworfenen Erdhügeln erbaut. Sie haben das Land, welches zunächst sumpfig und feucht war, in langer Arbeit, trockengelegt. Für uns ist hier vor allem die amphibische Natur der Küste interessant. Zahlreiche Flüsse und Priele durchzogen die Marschlandschaft, in der die Nordfriesen siedelten. Salzwiesen und Marschböden eigneten sich vor allem für Viehhaltung, weniger zum Ackerbau, der auf der Geestland einwärts betrieben wurde. Knochenfunde belegen die Haltung von Schafen, Rindern und Schweinen. Die Viehhaltung und der Handel mit den Niederlanden muss dazu geführt haben, dass an der Küste Bargeld vorhanden war. Der Schleswiger Bischof erhob seine Abgaben hier nämlich nicht in Getreide, wie an der Ostseeküste und auf der Geest. Die Vielzahl an erhaltenen und überlieferten Kirchen auf vergleichbar kleinem Gebiet deuten einmal darauf hin, dass das Land in zahlreiche Inseln geteilt war. Andererseits verweisen sie auf einen gewissen Wohlstand, denn die Kirchen und Pfarrer mussten ja auch unterhalten werden. Der Turm der alten Kirche St. Salvatore auf Pellworm stammt aus dem 13. Jahrhundert. Der Ende des 12. Jahrhunderts errichtete Chor ist in rheinischen Tuffstein errichtet. Dies sind sichtbare Hinweise auf den Wohlstand in den Udlanden. Vergleichbare Beispiele finden sich auch in den ostfriesischen Marschen. Rumhold besaß nachweislich eine Kirche, vermutlich auch einen Hafen, denn es bestanden Handelsbeziehungen nach Flandern, Hamburg und Bremen. Das bischöfliche Register verzeichnet einen Verlust von 41 Kirchen und Kapellen zwischen 1352 und 1440. Die allermeisten, so lässt sich vermuten, Opfer von Sturmfluten, nicht zwangsläufig nur von der Mandränke. Als die Mandränke auflief, traf sie allerdings möglicherweise auf eine Bevölkerung, die bereits durch die kurz zuvor durchgezogene Pest und ihre Folgen ökonomisch und demografisch geschwächt gewesen war. Ein Vorteil dieser Landschaft war ursprünglich gewesen, dass Überflutungen in unbedeichtes Land langsam eindringen und schnell über die zahlreichen Priele wieder abfließen konnten. Eine Besiedlung der dadurch sehr fruchtbaren Marschen lohnte sich. Bereits zur römischen Kaiserzeit hatten Friesen die unmittelbaren Küstengebiete besiedelt. Sie schützten sich gegen Hochwasser, indem sie ihre Siedlungen auf künstliche Hügel, die sogenannten Warfen oder Wurten anlegten. Ab dem 11. Jahrhundert umgaben sie ihr Land mit Deichringen. Die Westfriesen im Gebiet der heutigen niederländischen Provinz Friesland galten früh als Experten in Landgewinnung, Entwässerung, dem Kanalbau und der Urbaumachung von Neuland. In den folgenden Jahrhunderten findet man sie in zahlreichen deutschen Gebieten und bei der Ostexpansion bis hin zum 1621 gegründeten Friedrichstadt an der Eider. Im Abschnitt 4 stehen die Küstengesellschaften und ihre Beziehung zum Deich im Zentrum. Ein zentrales Element der Küstengesellschaften, der materielle Ausdruck ihrer Resilienz ist sicherlich der Deich. Kurz soll es im folgenden um die Deichbautechnik und die folgende Eindeichung sowie schließlich um die Konsequenzen für die Struktur der Gesellschaft gehen. Mit dem Deichbau konnte sowohl das Land dauerhaft vor regelmäßigen Überflutungen gesichert werden, das heißt der Anbau von Feldfrüchten wurde möglich. Das Leben wurde auf lange Frist berechenbarer. Durch Siele, also Abflüsse durch die Deiche hindurch und Gräben konnte das Land systematisch entwässert werden. Dabei konnten die Deiche im Winter weiterhin überspült werden, da dann im Winter kein Anbau auf dem Land stattfand. Mensch und Vieh hielten sich zu dieser Zeit auf der Warft auf. Während die ersten Ringdeiche im 12. Jahrhundert kaum über anderthalb Meter Höhe besaßen und damit allenfalls stärkere sommerliche Hochwasser abhielten, stellte sich die Situation im 14. Jahrhundert schon anders dar. Mittlerweile wiesen die Deiche schon die heute bekannte Form auf. Sie liefen zur Seeseite flacher aus als zur Landseite. Höhen von bis zu drei Metern waren nun häufiger anzutreffen. Ein Problem beim Deichbau, das erst im 20. Jahrhundert einigermaßen gelöst werden konnte, war, dass die Kraft der Wellen die Deiche nach und nach quasi abnagte. Es gab zahlreiche Versuche, dem Meer diese Kraft zu nehmen. Einmal sollte der Deich möglichst wenig Angriffsfläche bieten, das Wasser also auslaufen lassen. Hierfür wurde die Außenwöschung immer flacher und weiter zur Seeseite gestreckt. Andererseits musste die Deichoberfläche befestigt werden, um nicht fortgespült zu werden. Als Deckwerk wurde mit Soden, Gras, Stroh und Holzpfählen experimentiert. Heute finden vor allem Steine, Klei, Beton und Asphalt als Deckwerk Verwendung. Schließlich war man nach 1500 in der Lage, den angespülten und vor dem Deich hängen gebliebenen Boden, den sogenannten Anwachs, beziehungsweise den im Wattenmeer liegen gebliebenen Marschboden, den Aufwachs, durch Eindeichung als neues Land zu nutzen. Die Landgewinnung besitzt bis heute eine stark identitätsstiftende Bedeutung. Die neuen Köge, das abgeteilte Neuland, waren jedoch so oft gewonnen wie verloren, weil sie als erstes mit den Sturmfluten zum Opfer fielen. Folgen des Deichbaus für das Hinterland waren vielfältig. Wenn das eingedeichte Land, der sogenannte Kog, systematisch trockengelegt wurde, um Ackerbau zu ermöglichen, dann sank der Boden. Hierdurch erklärt sich, dass oftmals das Land hinter dem Deich niedriger liegt als vor dem Deich. Hinzu kommt, dass die Überflutung eines mit Feldern bestellten Koges große Erosionseffekte mit sich bringt, also die erdige Oberfläche abträgt. Die Niederlande liegen heute zum großen Teil unter Meeresniveau, was verständlicherweise im Hinblick auf einen steigenden Meeresspiegel und eine zunehmende Zahl an Extremereignissen ein bedeutendes Problem darstellt. Paradoxerweise schufen diese Maßnahmen zur Erhöhung der Resilienz gegenüber den Einflüssen des Meeres oft erst die Katastrophen, die außerordentliche Sturmfluten für die Küsten bedeuteten. Denn wenn ein Deich brach, kam das Wasser plötzlich und Möglichkeiten zur Flucht waren praktisch nicht gegeben. Anders als bei regelmäßigen Überflutungen, vor denen man sich auf die Warft zurückziehen konnte und deren Wasser über die Priele wieder abfloss, brachte ein Deichbruch mit sich, dass das Wasser meist über einen längeren Zeitraum im Land stehen blieb. Die Folgen solcher Situationen kennen wir aus unserer Zeit genauso. Mangelnde Hygiene, Ernährungsengpässe, zerstörte Behausungen, führten unweigerlich zu Krankheiten. Die in späteren Chroniken genannten Zahlen an Todesfällen sind natürlich kaum belastbar. Wenn wir heute schon nicht mit Sicherheit über das Infektionsgeschehen in Deutschland oder anderswo informiert sind und das Team des Göttinger Professor Sebastian Vollmer mit einer bedeutenden Dunkelziffer rechnet, wie sollen dann die Zeitgenossen der großen Sturmfluten eine glaubhafte Statistik geführt haben. Der Deichbau war genossenschaftlich organisiert und ist es noch bis heute. Dies ist ein konstitutiver Bestandteil der Küstengesellschaften. Nicht von ungefähr waren die peripher gelegenen Gesellschaften wie Ostfriesland und Dithmarschen und de facto auch die Bewohner der Elbmarschen und Nordfrieslands im Spätmittelalter politisch weitgehend autonom. Als eine zentrale Aufgabe der Gesellschaft bezeichnet das Rüstringer Recht, ein Teil davon ist im Asiger Buch aus der Zeit um 1300 aufgezeichnet, das ist auch das Landrecht, dass wir Friesen müssen eine Seeburg machen und unterhalten, einen goldenen Ring, der um ganz Friesland liegt. Dass mit dem Grundeigentum die Pflicht verbunden war, einen Abschnitt des Deiches zu unterhalten, geht aus dem Emsigerlandrecht von 1312 hervor. Das setzt voraus, dass freies Grundeigentum vorhanden war und dass die Eigentümer rechtlich gleichgestellt waren. Wenn gleich dies ostfriesische Rechtsquellen sind, so wird aus den ersten verschriftlichten Rechten an der nordfriesischen Küste deutlich, dass die Grundlagen entlang der gesamten Nordseeküste ähnlich gewesen sein müssen. Wenn gleich jeder qua Verpflichtung einen Abschnitt zu betreuen hatte, so waren der Deichbau und seine Unterhaltung freilich ein gemeinschaftliches Anliegen. Wollte man einen sinnvollen Schutz errichten, so mussten die Marschbauern zusammenarbeiten. Dasselbe galt für die Flussdeiche, die der Sachsenspiegel des 13. Jahrhunderts für das Binnenland anspricht. Für das Wursterland an der Wesermündung wird vermutet, dass es Familienverbände waren, die die Deichabschnitte unterhielten. Aus ihren Zusammenschlüssen entstanden größere Einheiten, Bauernschaften oder Viertel. Sie bestellten spätestens im 14. Jahrhundert Geschworene, die zahlreiche Gemeinschaftsaufgaben zu überwachen hatten, darunter vor allem die Kontrolle der Deiche und die Organisation ihrer Unterhaltung. Damit ist die selbstverwaltete Gesellschaftsform, der starke genossenschaftliche Zug dieser Landesgemeinden und die enge Kontrolle beim Deichbau eine zentrale Voraussetzung für den Schutz des Landes durch die Anlage von durchgängigen Deichlinien. War dies gewährleistet, konnte die Landgewinnung im Deichvorland in Angriff genommen werden. Der Deich hatte eine zentrale Bedeutung in der gesamten Konstitution der Küstengesellschaften. Damit ist es nicht weit, den Deich als Manifest einer regionalen Identität anzusehen. Kommen wir zum letzten Abschnitt des Vortrags, der unter die Überschrift Vulnerabilität und kein Ende gestellt werden soll. Für wie vulnerabel die Nordfriesen ihre Heimat noch heute halten, haben soziologische Forschungsprojekte am Helmholtz Zentrum für Material- und Küstenforschung in Gestacht gezeigt. Die Menschen wurden in qualitativen Interviews auf die Wahrnehmung ihrer Heimat befragt. Ein Drittel der Befragten nannte Sturmfluten und Klimawandel als hauptsächliche Bedrohungen der Heimat. Eine Befragung von 21 Bewohnerinnen und Bewohnern der Inseln Amrum und Sylt sowie der Hallig Hoge im Jahr 2014 zur Frage, wie sich der Klimawandel äußere, gaben an, dass es nicht mehr Stürme gäbe. Die Stürme hätten jedoch an Intensität zugenommen, während untypische Wetterereignisse auftreten, stärkere und höhere Sturmfluten auflaufen und unbekannte Tier- sowie Pflanzenarten im Wattenmeer zu finden seien. Diese Wahrnehmung basiert auf der regionalen und individuellen Erfahrung der Interviewten, die wiederum auf aus Jahren und Jahrzehnten resultierenden kulturellen Praktiken fußen. Hieraus werden Konsequenzen gezogen, sodass man zum Beispiel die Häuser besser isolieren sollte. Wir sind Friesen, wissen Sie, wir müssen den Klimawandel verhindern, ihn bekämpfen und abschwächen und uns anpassen. Man weiß also, dass man den Folgen an der Küste in besonderem Maße ausgesetzt ist. Eine andere, durchaus weit verbreitete Meinung relativiert diesen Aspekt jedoch, denn die Friesen kennen diese Phänomene und überleben durch die Jahrhunderte mit Veränderungen der Umwelt. Ein Blick auf die stärksten Sturmflutereignisse der letzten Jahrhunderte zeigt, dass nach der großen Mandränke noch weitere folgten, zum Teil mit ähnlich verheerenden Auswirkungen. Die zweite Mandränke von 1634 und die Weihnachtsflut von 1717 bestätigen Lilien Krohns Vers, dass einmal im Jahrhundert das Untier tiefer Atem hole als sonst. Das Foto, das der deutsche Astronaut Alexander Gerst vor wenigen Jahren von der internationalen Raumstation aus von der deutschen Nordseeküste gemacht hat, zeigt den einzigartigen Naturraum des Wattenmeers mit Eiderstedt und den nordfriesischen Inseln am rechten Rand und Botjadingen und den ostfriesischen Inseln am linken Bildrand. Aus dem All lassen sich die tiefen Rinnen als Zeugen vergangener Ereignisse erkennen. Heute scheiden die Deiche Land und Meer klar voneinander, wenn gleich mit dem Wattenmeer, heute Weltnaturerbe, eine eigene Landschaft vor dem Deich existiert. Die Wetterextreme an der Küste nehmen zu. Inseln wie Sylt und Wangerooge verloren in den letzten beiden großen Stürmen bedeutende Teile ihres Strandes ans Meer. Entsprechend zeigt der Staat heute, dass er bereit ist, seine Resilienz zu erhalten. Auf ihrer Website gibt die für den niedersächsischen Küstenschutz verantwortliche Behörde Antworten auf typische Fragen. Sie schreibt unter anderem, der Klimawandel ist spürbar. Mit den Folgen werden insbesondere die Menschen an der Küste leben müssen. Die Küstenschutzdeiche werden künftig um zusätzliche 25 Zentimeter erhöht werden. Eine globale Erwärmung und ein daraus resultierender beschleunigter Anstieg des Meeresspiegels werden unstrittig kommen. Die Frage ist nur, in welcher Größenordnung? Die Experten des Weltklimarates IPCC gehen in ihrem jüngsten Bericht aus dem September 2019 von einem Anstieg des Meeresspiegels zwischen 60 und 110 Zentimetern bis zum Ende dieses Jahrhunderts aus, schließen aber nicht aus, dass er auch stärker ansteigen könnte. Die Prognosen, die für die Nordsee voraussichtlich noch höhere Werte bedeuten werden, werden vom NLWKN sehr ernst genommen. Massivbauwerke wie Sperrwerke, Siele und Schutzmauern werden heute schon so gegründet, dass sie nachträglich um bis zu einen Meter nachgerüstet werden können. Auch die Deiche können jederzeit erhöht werden. Wesentlich ist zudem, den technischen und wissenschaftlichen Kenntnisstand laufend zu verbessern und den Sicherheitsstandard der Küstenschutzanlagen regelmäßig zu überprüfen. Wir haben poetisch begonnen und wir enden literarisch. Von der Heimatbewegung des 19. Jahrhunderts bis zum Nationalsozialismus wurde der Kampf des Menschen mit dem Meer um das Land verherrlicht. Etwa zur gleichen Zeit wie der Pellwormer Hadesvogt Lilienkron verfasste der Husumer Amtsrichter Theodor Storm seine Novelle »Der Schimmelreiter«. In ihr beschreibt er die Besessenheit des Deichvogts Hauke Hain. Er will mit neuer Deichbautechnik einen neuen Kog eindeichen. Am Ende scheitert er mit seiner Überheblichkeit an der Flut. Sein Deich bricht und er stirbt mit seiner Familie in den Fluten. Wie wirkmächtig dieses Bild in der Identität der nordfriesischen Küste verankert ist, zeigt sich auch darin, dass man dem imaginären Hauke Hain einen späten Triumph zugestand und ihm 1959 doch noch einen Kog schenkte. Gern führt man entlang der Nordsee das Sprichwort »Gott schuf das Meer«, der Frise die Küste. Da ist vielleicht etwas dran. Ich komme zum Ende. Ausgehend von der zu Beginn der Vorlesungsreihe vorgetragenen Definition von Katastrophe sollte nach Akteuren und Handlungsmustern gefragt werden, ebenso nach gesellschaftlichen Veränderungen, die durch die externen katastrophenhaften Faktoren angestoßen wurden. Die Mandränke ist ein Beispiel unter vielen, die an der Nordseeküste ausgewählt hätten werden können. Die Marcellusflut ein Jahrhundert davor oder die Weihnachtsflut einige Jahrhunderte später wären ebenso gute Beispiele gewesen, um den Umgang von Küstengesellschaften mit der eigenen offensichtlichen Vulnerabilität im Hinblick auf das Meer nachzuvollziehen. Die Siedlung an der Küste bedeutete von Anbeginn eine Abwägung zwischen einer unberechenbaren Bedrohung durch das Meer und der eigenen Fähigkeit, damit umzugehen. Hieraus entstanden Gesellschaftsformen und Handlungsmuster, die, wenn auch heute von geringerer Bedeutung, Eingang in die lokale Identität gefunden haben. Die Sturmflut von Hamburg 1962, der Tsunami von Thailand im Jahr 2004 oder der von Japan 2011 zeigen, dass diese Geschichte noch immer nicht abgeschlossen ist. Wenn Sie das nächste Mal an der Küste sind, betrachten Sie den Deich doch einmal als Manifest des jahrhundertewährenden Aufbaus einer gesellschaftlichen Resilienz gegenüber Sturmfluten.